So, das Rennen ist gestartet, Platz 7 und 8. Grünes Boot, Leben, Leben. Weißes Boot, die Mittelstimmer. Beide Mannschaften eigentlich auf derselben Firma. Also beide Mannschaften rekrutieren sich aus Leben, Leben. So, das Rennen ist jetzt nicht so gut, aber es ist nicht so gut, sondern es ist nicht so gut, sondern es ist nicht so gut, sondern es ist nicht so gut. Sie brauchen ein Kiel. Ja, das Enden verläuft irgendwie ein bisschen anders, als wir es erwartet haben eigentlich, aber nichtsdestoweniger natürlich spannend. Alle haben sich gespürt, was am liebsten von dir ist. Was habe ich gemacht? Grüße? Okay, du steckst ja die Leid drauf. Wir füllen den Karpag oder was? Man reißt sich die Kräfte ein, jawohl. Das ist wahres Liebgeist. Das macht die Kommandere eigene Schiebung. Ova, Alter. Ja, 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 ja. Applaus Applaus Applaus